Herzlich Willkommen bei Möbel Debbela. Darf ich Ihnen eine Kleinigkeit anbieten? Im Möbelhaus Debbela wird Kundenzufriedenheit ganz groß geschrieben. Wir begrüßen jeden Kunden ganz herzlich, gehen auf eine intensive Bedarfsermittlung ein, um alle Wünsche und Anregungen vom Kunden aufzunehmen, um dann eine intensive Planung und Beratung vorzunehmen, um ein ganzheitliches Konzept abzuschließen im Wohnen- oder im Küchenbereich, um den Kunden zufriedenzustellen. Wir sind ein Team von 45 Kollegen im Bereich Verkauf, Sachbearbeitung, Lager und Auslieferung. Ganz besonders ist unsere tolle Atmosphäre, sehr familiär, sehr kollegial, was man auch daran merkt, dass wir schon viele Jahre miteinander und ganz nah zusammenarbeiten. Wir befinden uns mitten im Räumungsverkauf und haben auch unsere Ausstellungsstücke tolle ab Verkaufspreis. Und wenn Sie noch tolle Weihnachtsgeschenke suchen, schauen Sie bei uns in der Boutique vorbei, denn hier wären Sie bestimmt froh. Und denken Sie dran, vom 1. bis zum 22.12. erhält jeder Kunde einen Christstollen und auf einem Warenwert von 500 Euro gibt es sogar einen Weihnachtsbaumgutschein von Blum Ostmann. Bis zum nächsten Mal.